Das war fünf nach oder viertel nach Du brauchst Kohle und du brauchst auch Weißt du was ein Kugel ein Schussloch hinterlässt ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Also ich nicht Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu besicht Du musst dahin und rausfinden was für eine Waffe verursacht Oh ja Er gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy Lass dich nicht von dem Namen täuschen Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden statt sie zu flicken Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Appovation Okay, YOLO Komm, Ladies first Jetzt roll Was haben wir denn interessantes noch hier? Okay, nichts neues bekommen Haben wir noch irgendwie Questen, die wir hier drin erledigen müssen? Ich glaube ja nicht Ich glaube nicht, oder? Wir haben... Nee Nee, 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 nee Hier drin auf jeden Fall nicht Nee Nee Aber Wir haben ja elf Iridium, wollen wir was einkaufen? Eigentlich ja, ne? Eigentlich ja Hatten wir auch Schwanzbrett Was? Schwanzbrett Schwanzbrett hat nichts für uns Nee, hab ich schon lange genommen gehabt Aber öh, wir haben erhöht die Anzahl vom Rucksack wieder, Saves oder irgendwas für Munitione Ich würde sagen, weiß es gar nicht Pistolenkapazität für mich eigentlich ganz gut 100, ne? Sollen wir mal machen? Kost 4 Okay, wir können noch 1 für 4 kaufen Mhm Dann würde ich die Schot-Schot-Schot-Schot-Schotten oder Granaten Schrotflinte oder Granate? Granate eins, Schrotflinte zwanzig Wie? also granate macht noch plus 1 hat man 4 granaten und bei schrottflönte haben wir 100 kugeln und dann sind es ja 80 ich hab mit dem shotgun gerade geliebt aber ich würde trotzdem sagen das ist besser welche waffe habe ich jetzt ernsthaft in dem scheißsafe meine eine waffe reingepackt oder habe ich die verkauft ich habe ja du kannst jetzt drei waffen mitnehmen na ja 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 da habe ich meine ich habe sie irgendwo verkauft ich habe sie irgendwo verkauft eine sniper ein schotty ja ja ich wollte doch die wieder haben die nicht ja wirst du ich habe schon drei waffen mit mit balladen lagere ich wieder ein die sniper wenn das im unteren drinnen die sniper kann man nicht die habe ich und genau ein bisschen spielen jetzt auch schon nur spielen eine runde zocken ich will noch mal ihn anpassen noch was habe ich denn neues ich hab da ja nichts neues nicht mehr kohle an der munition voll ja ja ein dauerlegende ach ne kohle habe ich eigentlich noch mal gucken gleich dann gibt es nichts so schönes für mich gleich macht boom das ist so mies ehrlich du übertreibst es auch gleich wieder doch nicht doch nein würdest du nie machen ich kann auch noch eine runde zu können sirenen anpassung scannt hast du doch eh so wieder ja ich will wieder hier dran du bist so schlecht guck mal hier erfasst die drei köpfe gehabt hier auch noch was denn anpassung die das bein was ist denn das borderlands zeichen was kam denn da noch mal raus ich habe keine ahnung was da rauskommt das macht boom das macht boom schon wieder eine waffe aber wenigstens was zu verkaufen wieder alter kann nicht mal alle drei siebenen haben ne das ist genau iridium pass auf boom ja ne soll ich mal gleich wieder was einkaufen ne waffe oh guck mal rein guck mal aber nicht wegnehmen ernsthaft ne das ist warte mal ich guck mal rum bei meinen waffen kurz ist hier alle schlecht ne wenn mich ja was wird hier denn los für mich ähm wo waren das hier ne allein was die drauf hat und wucht ähm 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 von meinem spielautomaten weg bin ich ja achso bin ich ja nein wollte ich grad sagen jawoll was hast du bei drei sieben gibt's ne anpassung oh das hab ich grad gezogen hab ich doch gesagt hey geh mal von meinem spielautomaten weg du warst grad in deinem ding drinnen ja und wir haben ein zeichen noch gefehlt eben von den borderlands zeichen ja hat er auch schon zwei mal wieder ne waffe na na meh 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 mg ohohohohohohohohohohohohohoh alles macht boom selbst mit ziel, mit visier ja noch drauf geil ich sag dich ja was besseres mit 41 schuss hat das hing aber die gehen schnell weg die 41 schuss ja aber trotzdem haust du ordentlich rein damit ne scheiß schrug hinter wie viel kohle hast du eigentlich noch? 700 du bist schön fleißig am spiel geholt ich hab 1030 noch machen wir einfach die nächsten missionen und dann haben wir wieder kohle ja ja deswegen ja ein paar gleich noch ein bisschen verkaufen jetzt gab es ja noch ein bisschen Geld keine Anpassung komm ne scheißwaffe hätte er nicht Markus mit drei Köpfen sein können lelelelelelele äh ne waffe lächel schlecht ach komm ernsthaft du musst ja da ganz vordrin und ganz visieren mit dem fernrohr komm schon ja wieso das ist ja klar siehst du vor allem wenn du mit dem visier drauf guckst und dann siehst du kannst mit dem visier nochmal reingucken naja deswegen ja ach schade das verknappt mit Iridium das ist super schrug hinter jolo nach da kohle letztes mal ja ernsthaft ich habe zwei zeichen von dem bekommen einmal kann ich noch wieder eine Waffe da muss ich verkaufen das ist immer so eine kack Waffen ehrlich ich gehe beim verkaufen ja machen ach soll ich noch äh bei hast du wieder Iridium bei öl was kaufen centos ja musst du gucken ne aber das zählt ja für uns zusammen ne ja ja smg hast du glaube ich ne habe ich nämlich auch bei mir gleich machst du ich erhöhe das einfach ja mach ruhig verkaufen 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 Markus du hast nicht genug Kohle oh Markus hat ne neue Waffe ne scheiß Waffe die behalte ich ähm was hab ich denn eigentlich für ne Waffe das ist eine Fladov was ist Fladov denn für eine das ist irgendwie ne russische Waffe ja irgendwie schreckt das trotzdem bei mir rum die wollen nicht mit den ganzen Daten da dran ähm da habe ich noch eine da oben und eine habe ich im Inventar da war ne Pistole jetzt habe ich die Schrotflinte die habe ich drin die kann auch weg ja ich kann auch dreimal spielen 4 3 oder 4 mal spielen yay ok ähm jetzt mal die Waffen kurz durchgucken vielleicht nicht doch was besseres dabei war aber nein ich glaube eher nicht komm wir gehen noch ne runde suchten schnell beide Automaten nehmen huch 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 ja kannst ja grad machen geh noch mal kurz aufhören die Waffen alles schlecht ernsthaft es geht in passung hab ich auch gehabt vor allem hab ich so ein kleines Problem oh Centos pass mal auf hm schon wieder Redium yay fein gemacht ayy auch einmal einmal kann ich nochmal spielen yay vor allem verkaufen ich kaufe wieder was bei Earl ich habe 1124 wieder du bist so ein suchti ja ja du mir auch äh was machen wir denn kauf mal oder gib mir erst auf 11 11 11 erhört die Dauer auf die Anzahl von ob ihr achso ja ich hab 11 ich hab noch nichts geholt wie warum hast du 11 weil ich 11 hab dann kauf mal was dann kauf mal was naja was soll ich denn denn hin weiß ich nicht am besten eigentlich wenn du den Rucksack kaufen kannst wenn das geht einmal ja ja dann kauf das doch hab ich grad gemacht hab ich 3 Iridium dafür kann ich nur nix holen aber ich kann auch mal spielen bevor der A4 wiederkommt dann spiel ich am Beinautomaten mach mal bitte I dann wird gleich wieder ne Waffe wieso äh guck mal bei Munition ob das die erste äh äh 309 oder 300 bei dir ist 300 ist die bei mir ja das passt ne aber wenn du einen Rucksack kaufst ne dann ist das nur für dich wie scheiß ist das denn naja ähm Badasswank 5 zack Tokens wieder einlösen direkt hier äh Nachladegeschwindigkeit jawoll wie Token wieso au Döcke von gar nichts na was krieg ich oh da ist eine wär fast Iridium geworden was das für ne schöne Waffe weißt du nicht weißt du nicht das eine war fest Iridium und zwar ne größere Portion mhm ja weiii 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 hast du kein Geld mehr? ja und sammelt ja gleich mal ein soll ich hier drüben einsammeln oder was? soll ich hier sammeln oder was? nein so sucht die rrrrrrrrrrrrrrrrrr ich kann ja seh' nicht mehr oh war was habe ich denn hier schlecht schlecht so schlecht ich habe noch was zu verkaufen ich auch noch eine billige war von dir wenn man so weit rennen muss kannst du es nicht verkaufen ich verkauf hier ich kann noch einmal spielen die zeit ist eh gleich um die ist schon links um du hast gesagt 5 nach ja bei mir ist noch nicht 5 nach aber mir ist schon 7 nach selbst auf mein handy ist so 7 nach ja ne kriegt ernsthaft jetzt auch eine waffe ja das macht boom boah du bist so behindert komm wir reden ach leck mich doch noch eine waffe aber ich spiele das Geld noch weg und dann die Aufnahme auch noch eine Waffe ja irgendwie habe ich immer das mit den Waffen so ne ich muss grad sagen das macht boom und nochmal Kohle na gut dann würde ich sagen ja ich beenden wir hier die Aufnahme und bis zum nächsten Mal vor allem 2 tschüss 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 tschüss